Hallöchen, Hallöchen, liebe Pupsi-Wacken da draußen, hier ist euer Krissi und wir sind immer noch auf der Venus und ja, die Havis funktionieren jetzt halbwegs, ich habe jetzt hier die Chutes fertig gebaut, hier Stacker dazwischen, auf 5 der Stack, aber macht eh 10er Stacks, aber ist egal, das funktioniert jetzt alles, aber wir müssen uns jetzt wirklich um unser Wasser kümmern, weil da haben wir wirklich ein Problem, wir machen zu wenig Wasser, also wir müssen die Wasserautomation auf jeden Fall irgendwie in Gang, bringen, er macht hier auf jeden Fall noch was, sagt Processing, also das funktioniert jetzt, manchmal lässt ein Harvey noch was fallen, das liegt aber daran, dass alle gleichzeitig fertig sind, die Pflanzen, da muss ich dann mal alle abräumen, also alle clearen und nochmal neu pflanzen und dann Abstand lassen, damit die einen unterschiedlichen Wachstumstatus haben, nach unterschiedlichen Zeiten, damit nicht alle Harvys gleichzeitig arbeiten, weil das ist nämlich das, was die Probleme verursacht, weil alle Harvys schmeißen gleichzeitig ihr Scheiß raus, dann landet das vom Sorter, der Sorter kommt nicht hinterher und dann will der Harvey entladen, kann aber nicht entladen, weil er was im Rohr ist, das Export wird ja nicht abgefragt, also der Ausgang und dementsprechend spuckt er das einfach in dieses Rohr rein und wenn er das da nicht hinschmeißen kann, weil da schon Dagers sind, dann lässt das einfach fallen, ja, auch ein Bug sollte so nicht sein, dann sollte der Harvey eigentlich stehen bleiben, wenn er nicht entladen kann, aber vielleicht bauen wir das noch, vielleicht kriegen wir das noch hin, also irgendwie, dass wir den Ausgang abfragen und den Harvey so lange anhalten. Wir müssen auf jeden Fall die Pflanzen, also die Pflanzzeiten ändern, dass hier nicht zu viele gleichzeitig sind und wir müssen die Wasserproduktion automatisieren, also ich habe die Wasserproduktion, habe ich ja schon automatisiert, aber wie gesagt, das haut noch nicht so ganz hin, die Zuführpumpe läuft gleichzeitig mit der Kühlgaspumpe, also ich zeige euch das gleich nochmal. Ja, vielleicht habt ihr eine Idee, ihr habt eine Idee, ihr werdet mir das auch in die Kommentare schreiben, aber ich werde es nicht lesen, weil ich mache ja gerade eine Aufnahme-Stint, egal, ich werde es selbst rausfinden, darum geht es in diesem Spiel, das einfach selber rauszufinden. So, wie viele Stacks haben wir denn schon? Ein Stack-Vertilizer haben wir schon, ich zeige euch das hier oben nochmal, ja, hier ist der Stacker, haben wir jetzt zwei drin, 50 sind da drin, aber ich glaube, dass der nicht läuft nach dem Neustart vom Spiel, den muss man einmal triggern, glaube ich, aber der soll jetzt auch nicht laufen, das ist okay, das ist alles okay. So, hier hinten habe ich das nochmal umgebaut, dass das hier so runterläuft, dass wir jetzt hier auch ein Dings haben und wie gesagt, der Pult von dem Yangtzen zieht aus sich das. So, wir gucken kurz mal nach dem Sauerstoff, wie sieht es aus, 7,8, 4 Megapaskal, hier haben wir nichts drin, weil wir produzieren die ganze Zeit Wasser, 231 Mol steht hier auch. So, was wir eigentlich vorhaben ist ganz einfach, sind hier 500 Mol, pumpt die Pumpe das da rein, dann wird das runtergekühlt, die 500 Mol, das mache ich deswegen, damit ich mein Kühlsystem hier nicht so in Gange bringe, dass das nicht so doll kühlen muss. Ja, also, ihr wisst, was ich meine, wenn ich hier 2000 Grad heißes Gas drin habe und dieses Gas sind 2000 Mol, dann brauche ich viel Energie, um es zu kühlen, weil es ist Wasser, Wasser hat viel Energie gespeichert. Ja, und dann ziehe ich die Leitung hier runter, oder beziehungsweise hoch, das heißt, die wird dann 40, 50 Grad heiß, aber das Problem ist, dass sie dann hier, hier einmal ein Problem hat beim Kühlen, aber viel schlimmer ist das hier. Ja, das heißt, wir kriegen die Raumtemperatur nicht mehr runter, ganz im Gegenteil, wir erhöhen die Raumtemperatur, denn die Raumtemperatur in diesem Raum wird sich equalisieren, also die wird sich genauso anpassen an die Temperatur, die in diesem Rohr hier herrscht. Und das ist eigentlich auch eine Fehlkonstruktion, da müssen wir auch nochmal bei, aber das lassen wir jetzt erstmal so, weil unser Problem ist im Moment Wasser. Also die Automation von Wasser ist unser Problem im Moment. Also wir haben da, ihr seht, die haben schon wieder 28 Grad da drin, ja, jetzt muss der hier erstmal kühlen, das dauert ja immer ein bisschen, bis der kühlt, ja. Und hier haben wir ja auch 20 Grad heißes kaltes CO2, was dann eingepumpt wird, wenn es gebraucht wird. Wie gesagt, die Duggies verbrauchen nicht so viel CO2, da, das geht eigentlich, sind ja nicht viele, ja, die sind ja eigentlich nur zum Feuermachen da sozusagen, zum Verbrennen. So, die Automation ist ja hier, wenn wir hier 500 Mol drin haben, soll die angehen, soll das da reinpumpen, dann geht die Pumpe aus, damit koppelt sie das komplette Netz hier ab. Dann soll das Kühlventil hier oben aufgehen, das Kühlventil geht auch auf, dann kühlt es das runter auf 20 Grad, das geht auch. Und dann soll das Kühlventil zugehen, dann soll die Pumpe hier weiter ausbleiben und dann soll die hier angehen und soll den Tank komplett auf Null runter leerpumpen. Wenn der Null ist, geht das ganze Spiel wieder von vorne los und genau da gibt es ein Problem, denn diese Pumpe geht an, bevor die aus ist. Das müssen wir jetzt nochmal kontrollieren, warum das so ist, weil damit passieren halt diese Probleme, dass ich dann dieses 600 Grad heiße Gas hier reinpumpe und das gleich wieder hier rauskommt und das hier im Wasser landet. Und damit, also Gas nicht, Wasser, Mann, das ist Wasser, 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 Wasser. So, dass dieses heiße Wasser dann quasi hier drin landet und damit unsere Pflanzen zerstört. Und deswegen müssen wir mal gucken, woran das liegt, also wie wir das machen können, dass wir das korrigieren können. Ich hatte jetzt schon mal im Code geguckt, aber so richtig habe ich noch keine Lösung gefunden. So, Watercooling können wir mal importieren. Wir gucken uns den Wetter, wir machen erstmal Licht aus hier, damit wir keine Batterie verbrauchen. So, wir gucken nochmal. Also, Wasserkühlung auf Venus Version 0.1 vom Fellpower, genau. Das kann er schon da oben was drüber schreiben, aber Code kann er nicht, aber er kann das schon mal drüber schreiben. So, Input Pumpe, la 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 la, Temperatur ist auch klar, 500 Moll ist auch klar, wie viele Moll sind in der Leitung ist auch klar, Tank Hot Moll ist klar und ist Tempot auch klar. So, also, wie viel sind im Hot Gas Tank, wie viel ist die Temperatur im Hot Gas Tank? Wir lupen. Wir fangen hier an, wenn im Pipe Analyzer 500 Moll drin sind, dann, also lies die erstmal aus, aus dem Pipe Analyzer, lies erstmal die Molls aus und pack die hier in Molls Input. Das ist unsere Eingang, wie viele Moll sind in der Leitung. Dann gucken wir, Brand Stratter sind, wenn in dem Rohr mehr als 500 Moll drin sind, dann springe zu viel. Ansonsten springe zu Loop und warte. Ja, so, alles klar. Geht immer im Kreis, geht immer im Kreis, bis da 500 Moll drin sind. Sind da 500 Moll drin, fängt er an zu viel zu springen. Viel heißt, fülle den Tank. Wir lesen erstmal aus dem Tank, ist da irgendwas drin, beziehungsweise wie viele Moll sind da schon drin. Dann lesen wir auch aus dem Pipe Analyzer die Molls. Das ist nämlich wichtig, die brauchen wir dann nämlich noch. Wobei das eigentlich Quark ist, was ich hier geschrieben habe. Die brauchen wir da eigentlich nicht. Oder doch, die brauchen wir später fürs Pumpen. Aber ist egal. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal, wir lesen jetzt erstmal, wie viel haben wir im Tank und wie viel haben wir im Rohr, im Pipe Analyzer. Also vor der Pumpe. Brunch Greater Equal. Wenn die Tank Molls gleich 500 oder Brunch Greater Equal, ist eigentlich blöd. Doch, Brunch Greater Equal heißt größer gleich, ne. B, G, E. B, G, E. Größer gleich, genau. Sind die in dem Tank größer gleich 500 Moll, also mehr als 500 oder genau 500 Moll, springt zu Cooling. Weil dann müssen wir ja kühlen, weil dann ist ja das Gas im Prinzip da drin. Hinter uns passiert schon wieder was. Das ist so lustig. Ich finde es, ich liebe es einfach. So, dann springen wir zu Cooling. So, bei Cooling wird erstmal die Eingangspumpe ausgeknipst. Dann wird ihr lesen, wie heiß ist die Temperatur im Tank. Wenn die Temperatur größer ist, als unsere gewünschte Temperatur, machen wir das Digitalventil an. Wir springen nach DVON, wir springen hier runter. Die Pumpe geht an. Also das Ventil geht auf und wir springen wieder zurück zu Cooling. So, wir springen wieder hin. Pumpe ist aus. Wir lesen wieder die Temperatur aus dem Tank. Ist die Temperatur immer noch zu hoch, wird gekühlt. So, jetzt ist die Temperatur kalt genug. Also Brunch Greater Zen. Die Temperatur ist nicht größer als 293,15 Grad. Dann wird die Zeile übersprungen. Das heißt, wir springen hier hin. Brunch Lower Equal. Ist derselbe Befehl wie Brunch Greater Equal. Nur, dass hier Lower Equal ist. Also kleiner gleich. Ist die Temperatur kleiner gleich 293,15. Springen zu Pumping. Pumping heißt, dass wir das Gas, wenn es gekühlt ist, aus dem Tank rauspumpen wollen. So, ist das immer noch nicht so? Ah, ich weiß hier. Hier können wir schon mal, schreiben wir schon mal Cooling hin. Der muss ja immer wieder hier hochspringen und muss gucken, wie die Temperatur ist. Also das war schon mal der erste Fehler. Ja, der darf nicht in die Loop wieder reinspringen. Das ist scheiße. Der muss immer ins Cooling reinspringen. So. Das heißt, er guckt die ganze Zeit. Weil wenn wir hier Moles drin haben, brauchen wir hier nicht mehr hochspringen. Dann ist hier oben alles schon erklärt worden. Das heißt, wir sind bei Cooling. Wir kühlen dann. Das ist ja der Block Cooling. So, jetzt kühlen wir, kühlen wir, kühlen wir. Und irgendwann entweder ist die Pumpe an, DV on, oder sie ist nicht an. Dann müssen wir aber auch bei Pumping die Pumpe ausmachen. Das Hammer, also das Ventil. Die Eingangspumpe wird auch hier wieder ausgemacht. Dann lesen wir die Moles. Und jetzt wird so lange gepumpt, bis der Tank leer ist. Das heißt, BEQZ heißt Brunch Equal Zero. B-E-G-Z. Brunch Greater Equal Zero. Ne, Brunch Equal Zero heißt das. B-E-Q-Z. B-E-Q-Z. Muss ich nochmal gucken hier. B-E-Q-Z. Wenn Null ist. Und hier müssen wir keine Null mehr hinschreiben, weil Null ist ja schon der Operator. Das heißt, wenn die Tankmoles Null sind, dann springen wir zu Pump Off. Das heißt, die Pumpe geht aus. Und wir springen wieder zu Pumping. Wir springen wieder hier hoch. So, warte mal. B-E-Q-Z. Wenn A gleich Null. Also wenn wir keine Moles mehr im Tank haben, springen wir zu Pump Off. Hier geht alles aus und wir springen wieder hoch in den Loop. Genau. So. Sind aber noch Brunch Greater Equal Zero ist das ja. B-G-E-Z. Größer gleich Null. Also wenn die größer gleich Null sind. Ah, warte. Das funktioniert ja so nicht. Größer gleich Null haut ja nicht hin. Das heißt, doch größer gleich Null. Ne, wir müssen nicht größer gleich Null machen. Wir müssen größer Null machen. Nicht größer gleich Null. Dann, das könnte schon das Problem sein. Weil, die Pumpe kann ja, soll ja nur angehen, wenn wir mehr als ein, äh, wenn wir mehr als ein, äh, Moles da drin haben. Also müsste das größer Null sein. Da gibt es ja bestimmt noch ein Befehl. Größer gleich ist eigentlich falsch. Wir brauchen größer Null. Das heißt B-G-T-Z. So muss der hier heißen. B-G-T-Z. Brunch Greater Zero. Genau, wir springen, wenn A größer Null. Also, wenn die Tankmoles größer Null sind, springen wir zu Pump On. Da wird nur die Pumpe angemacht. Der Rest wird aber alles wieder weiterhin ausgemacht. Und dann springen wir wieder hoch zu Pumping. Wir gucken wieder, haben wir hier Moles. Bei Pump Off springen wir zu Loop, weil dann ist alles fertig. Und wir fangen wieder von vorne an. Und bei Pump On springen wir hier runter und machen die Volumenpumpe an. Genau, so jetzt ist die Volumenpumpe an, die das gewärmte oder abgekühlte Wasser in unseren Kreislauf pumpt. Die ist jetzt an. Wir springen wieder zu Pumping. Wir warten kurz. Wir schalten alles aus. Wir gucken Pumpe aus, Pumpe an. Und wenn wir Pumpe aus haben, weil wir alles auf Null haben, springen wir zurück zum Loop und fangen wieder von vorne an. Ja, ich glaube, so können wir es machen. Das müsste gehen. Das müsste gehen. Export. So. Und jetzt werden wir erstmal gucken, wie viel Moles haben wir denn? 231. Ja, weil hier kommt kein H2 mehr an. Wir müssen aber hier mal kurz noch das Rohr auseinanderbauen. Falls hier wieder was passiert, dann pumpen wir das nicht da rein. Dann sterben unsere Pflanzen nicht. Aber die sterben sowieso gleich, weil wir kein Wasser haben. Na 1000 Moles sind noch da. Okay. So, das heißt, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass unser Gasproduzent hier Gas produziert, dass wir Wasser haben, dass wir Moles 500 Molen haben und wir müssen den Chip natürlich noch anschalten. Das ist ja klar. Aber das machen wir gleich noch. Weil der hängt schon wieder. Ich verstehe es nicht, warum der hängt. Also da müssen wir auch mal einen Chip machen. Wir müssen mal abfragen, was können wir eigentlich mit Logikbauteilen machen? Logic Reader, wie ist der Status? Activate. Und wenn der Activate 0 ist, dann machen wir mit auf 1. Müssen wir nicht einen IC10 zu nehmen. Aber IC10 Code ist geil. Ich mag es. Der könnte das eigentlich machen. Die könnte er nicht, weil der hat keinen Zugriff mehr auf die Jungs. Ja, er macht nichts. Aus, an. Jetzt fängt er auch wieder an, Gas zu produzieren. Ja, genau. Die hängen also nach dem Neustart vom Spiel, hängen die halt, die Jungs hier. Das ist irgendwie komisch. So, Temperatur ist minus 23 Grad. Das ist gut. Was ist hier los? Warum wächst hier nichts? Warum wächst da nichts? Komm, ich brauche mal einen Dagi. Gib mir mal einen Dagi. Das sind alles nur 1er hier. Das ist schlecht. Was ist denn alles? Warum ist denn hier nur ein 1er? Ich brauche einen Dagi. Hier ist noch einer. So. Ich weiß nicht, warum er jetzt hier keinen Hände gebaut hat. So. Jetzt freut er sich. So. Wasser. Haben wir noch. 1000 Mol. Wir müssen mal die hier noch. Ich habe irgendwie Fingerclothes hier gerade. Oxygen ist schon critical. Okay. Fupp. Fupp. Die können wir eigentlich hier inpflanzen. Aber ich will eigentlich gar nicht so viel inpflanzen. Weil dann kommen wieder so viele Duggies raus, wo wir nicht wissen, wohin damit. Wir können mal ein paar Tomaten anbauen, um was zu essen. Das können wir mal machen. Aber wir bauen jetzt keine. Wir bauen jetzt keine 5 Tomaten an. Das brauchen wir nämlich nicht. So, jetzt funktioniert der wieder komischerweise, ja? Ja, es funktioniert wieder. Es ist irgendwie komisch. Aber die haben jetzt eigentlich auch gar nichts gemacht hier, die Jungs. Glaube ich. Aber warum hat einer nicht geplantet? Kann das sein, dass hier zu wenige rauskommen? Es kommen ja immer 2 raus. Also 20 kommen raus, 10 werden hier gepflanzt und 10 gehen hierin. Oder vielleicht 11 gehen raus und 9 gehen hier noch rein. Das kann sein, dass dann einer überbleibt. Das heißt, eigentlich müssen wir immer mit Fertilizer arbeiten. Aber der scheiß Dings macht keinen Fall. Also wenn wir das jetzt noch mit Fertilizer machen wollen, ich weiß ja nicht, wie das gehen soll. Dann müssen wir ja den Sorter auf Logik stellen und müssen ihm sagen, pass auf, ich will jetzt Fertilizer haben oder nicht. Aber die Frage ist, können die Hydroponics, wissen die, was da drin ist? Okay, wir gucken mal, was können wir lesen? Combustion, Pressure, Temperature, Damage, Seeding, Major, Major, Growth ist auch klar, Damage, Health ist klar, Effizienz, Seeding. Deswegen, hm, das ist die Frage, er weiß nicht, er weiß nicht, doch, das könnten wir machen über Occupant Hash. Könnten wir das, glaube ich, machen, ne? Oder Prefab Hash. Den könnten wir eigentlich mal lesen. Und da ist jetzt die Frage, lesen wir den Prefab Hash von dem, was drin ist oder lesen wir den Prefab Hash vom Kasten selber? Aber Occupant Hash können wir ja machen. Aber 0,1, das sind 2 Slots. Jetzt die Frage, welcher Slot ist welcher? Also, was machen die Slots? Ach, hier ist der Fertilizer, das ist der Index 1, okay. Das heißt, wir können abfragen, ob wir in Index 1, also SB, oder SL heißt der Befehl, glaube ich, oder irgendwie so, weiß ich nicht. Jedenfalls, LB, wie war denn das Slot-Befehl? Ich glaube, LB. Ne, das wäre ein Badge-Read. Na, sei es drum. Es gibt ein Befehl, womit man LS, heißt der, glaube ich, Load oder Lese-Slot, glaube ich, LS, ja. Da haben wir einen Logic-Slot. So, und jetzt die Frage, Occupant Hash, damit müssten wir eigentlich rausfinden können, was in diesem Ding drin ist. Das heißt, wenn kein Fertilizer drin ist, dann soll er Fertilizer reintun und wenn welcher drin ist, dann nicht. Das könnte man machen, aber dazu müsste der Harvey den Fertilizer ablegen. Ich weiß, es gibt eine Mod, die man einsetzen kann, damit benutzt er wieder Fertilizer. Aber, die funktioniert, glaube ich, in der Beta nicht. Ja. Habe ich denn meine Lichter an? Ne. Gut. 1000 Mol, also das Ding soll Wasser. Ist ein Haufen Wasser, die Dinger. Das gibt es gar nicht, ey. Oho. Ja, Wasser ist ein gutes Stichwort. Müssen wir auch mal wieder einsüppeln hier. So. Ja, das ist halt die Frage, ja. Wie machen wir das mit dem Fertilizer? Weil er packt keinen rein. Das haben wir ausprobiert. Das geht nicht. Oxygen low. Ich weiß ja nicht, was er jetzt da gerade entlädt, aber da ist ja gar nichts drin. Ich weiß nicht, was er macht hier vorne. Na, haben wir es geschafft. Ah, das funktioniert mit dem Fertilizer nicht. Wir müssen das nochmal ausprobieren. 50 stand da gerade, ne? Prozess. Ist ja schon bei 71. Über 20 Stück. 22, 23. Hier ist ein bisschen was drin in dem Rohr, glaube ich. 23 Stück. Kann ja gar nicht sein. Doch, kann sein. Wir haben hinten 6 abgebaut. Hat er jetzt wieder irgendwas daneben gerufen? Ne, ne? Sieht nicht so aus. Ne, hat er nicht. Aber lustig war, dass der hier abgebaut hat, obwohl er gar keine Pflanze war. Also ich habe keine gesehen. Aber ist egal. Hier oben war auch nichts angezeigt. Also, ja. Der Code ist vielleicht ein bisschen seltsam. Aber sei es drum. Die Frage ist mit dem, ich muss dann, glaube ich mal, im Discord nochmal nachfragen. Wir müssen das irgendwie hinbiegen. Weil es gibt ja diesen Fertilizer-Slot hier drin. Und ich glaube auch, dass die Havis mit Fertilizer umgehen konnten. Vorm Patch. Ich habe das schon als Bug ins Dings gepostet hier. Ins Stationiers, sag mal hier, ins Bug-Tracker. Aber, ja, hat sich noch keiner drum gekümmert. Die Jungs haben ja auch Wochenende. Jetzt die Jungs und Mädels ist ja Wochenende gerade. Deswegen, ja, ist klar, dass die sich da jetzt erstmal nicht drum kümmern. Obwohl sie am Wochenende auch ganz oft in Discord kommen und da trotzdem irgendwas machen. Also Simon hier, der Lead-Developer, der hat auch ganz oft die Version am Wochenende rausgeschossen. Also den Build-Server angeworfen und so. So, der macht jetzt aber was, ne? Ja, der macht was. Okay. Dann machen wir mal schnell die Automation oben an. Für das Wasser und hoffen, dass es funktioniert. Aber irgendwas war da noch. Irgendwie gingen die Pumpen, die Pumpen dann an und die sollten nicht angehen. Und, naja. Immer noch ein Stack. Haben wir so wenig Fertilizer hergestellt? Na, jetzt kommt der zweite Stack gerade. Alles klar. Machen wir schon 500? Nein, haben wir nicht. Wir haben 300. So, Shipp und Shipp ist an. Der macht natürlich nix. PA-Water-Hot, TP-Eingang-Hot, TP-Tank-Hot-Water, Digital-Ventil und die Volumenpumpe. Genau. Okay. So, wir haben keine 500 Mol, also passiert hier nix. Haben wir hier was? Hier haben wir nichts im Tank. Das ist okay. Der ist nicht wichtig. Aber da haben wir 890. Das heißt, wir müssen jetzt langsam mal Gas machen, äh, Wasser machen, ja. 8000 Mol. Okay. 3,4 Mol. Kommt hier überhaupt Wasser an? 307 Mol. Oh, das ist schon wieder kochend heiß hier, der Scheiß. Obwohl, es geht. 308. Ja, es kommen auf jeden Fall Mol an. Nicht viele, aber es kommen welche an. Oxygen low. Wir müssen den zweiten Komposter mit dazu bringen. Sonst, äh, dauert das zu lange. Aber, da ist jetzt die Frage, da können wir jetzt, müssen wir ja hier jetzt wieder einen Sorter hin tun. Weil hier muss dann die Hälfte da rein und die Hälfte da rein. Und hier können wir einen Young-Tchen machen. Die können zusammenarbeiten. Einen Young-Tchen. Einen Young-Tchen. Ja, das heißt, wir brauchen wieder 1491,3. Äh, äh, ja. Wie heißen die? Tschuts. Tschutti, Tschutti, Tschutti. Jetzt kriege ich bestimmt einen Strike. Weil ich, äh. Weil ich hier, äh, äh. Hier, wie heißt denn der Gadget hier? Was ist denn der? Das habe ich vergessen. Ähm, Inspector Gadget. Genau. Hier, 90. Die laufen gut. 89. 90. Die laufen gut. 90. So, warte mal. Pass mal. Jetzt holen wir erstmal die, jetzt holen wir erstmal die Fußböden und machen erstmal Fußböden. Ja, weil das sieht mir gerade voll auf dem Zeiger, dass hier keine Fußböden sind. Ich bin so ein Fußböden-Junkie. Ich brauche Fußböden. So, jetzt müssen wir dann aber auch noch weiterhin noch eine Automation erzeugen für den Wassermacher. Der Wassermacher muss quasi, also der H2-Combustor muss im Prinzip auch automatisiert werden. Bei 1000 Mol H2 soll der anfangen Wasser zu machen. Wenn wir 1000 Mol im Tank haben. Also über 1000 Mol. 1000 Mol möchte ich mir jetzt mal aufheben. Für einen Notfall. Äh, wo sind denn die ganzen Fußböden? Hier. 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 Hier, hier, hier. Hat er. Fußböden? Hat er. Kann nix, aber Fußböden hat er. So. Ding Dong, Ding Dong. Hier wäre noch ein Locker, glaube ich. Ne, das hier wäre Ding Maschinen. Hätte ich nicht noch irgendwo ein Locker gesehen. Schwäß ist nicht. Schwäß ist nicht. Ne, ich glaube nicht. 11 Pipes. Gut. Dann verlinken wir erstmal Fußböden. Warum wir, wie gesagt, hier schon wieder 18 Kpa haben. Weiß ich nicht. Ihr wisst es wahrscheinlich. Ihr habt gesehen, dass ich irgendwas gemacht habe. Und dann. Ich habe wahrscheinlich irgendwann mal den Türzeikel abgebrochen. Und dann ist das passiert. Oder ist es wieder Buggy. Dann kann es natürlich auch passieren. Genau. Schmeiß einfach weg. Brauchst du ihn nicht mehr. Ach. So, was ist denn jetzt hier? Dreh dich, mein kleines Blättchen. Oh, dreh dich bitte. Ja, genau. Da war es schon vorbei. So, jetzt kann man hier nämlich viel besser laufen. So. Huch. Das waren genau die, die ich hier weggebaut habe wahrscheinlich. Was machst du hier? Für eine Spinnerei. 800. 527. Was haben wir hier? 1.000 Grad. Oh, no. Oh, no. No, no. Wie viel läuft die denn? Warte, gucken wir mal. Ja, die laufen alle auf 1 Liter. Ja. Okay. So. Das bedeutet, dass wir hier jetzt hoffentlich bald mal ein Ergebnis haben. Wir müssten eigentlich die Temperatur noch mit als, ähm, wir müssten die Temperatur eigentlich noch mit als, als, als Wahlpunkt nehmen. Also, wir dürfen nicht das Wasser reinlassen, wenn das mehr als 500 Grad hat oder 600 Grad. Weil, was ich nicht verstehe, ist, wir haben eine Außentemperatur von 464 Grad. Und das hat 571 hier, äh, 547. Also, ich weiß, dass das Rohr sehr lang ist und dass wir hier auch viele Moles schon haben. Genau, die sehen wir ja hier. Aber das ist alles nicht so einfach hier. Was haben wir hier eigentlich für eine Temperatur? 4.000 Grad. Oh. Alter Falter. Ja, wir haben kein Gas hier, das ist klar. Aber eigentlich haben wir Gas. Hier kommt also stetig 0,8 Mol rein. Hier haben wir 10.000 Mol. Das müssen wir noch mal im Auge behalten. 406. Ja, also bis hier 500 sind, ist natürlich Weihnachten, ist ja klar. Wir müssen noch mal kurz die Filter kontrollieren. Ja, die Filteranzeigen, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber das hat im Moment noch keine Prio. Das ist das, was ich euch immer versuche zu erklären. Dass ich, dass ich bestimmte Prioritäten im Kopf habe, auf die ich jetzt erstmal achten muss oder achten will, bevor ich hier irgendwas anderes mache. Ja, also die Filteranzeigen, das ist das allerletzte im Moment, was ich brauche. Ich brauche hier eine verlässliche Versorgung mit H2. Und in dem Fall dann mit Wasser. So, was haben wir? 359 Molis und 547 Grad. Naja, es wird weniger. Klar, es sind natürlich viele Mol hier drin, die, da brauchen wir wahrscheinlich noch mehr Radiatoren. Was ja prinzipiell eigentlich, wo jetzt erstmal nichts dagegen spricht, jetzt noch mehr Radiatoren hier drauf zu bauen. Also brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück brauchen wir noch. Irgendwann brauchen wir noch 6 Stück. Spricht ja nichts dagegen. Können wir ja machen. Liquid Radiator. Wo ist er? Ja. Gold. Ist nicht dein Ernst. So ist denn da Gold dran. Ich verstehe es nicht. Ja, wenn man so viele Stunden Stationier spielt, dann weiß man schon, wann welches Erz rauskommt. Was hat man hier gesagt? 6 oder 7? Ist egal, ich nehme 7 mit. Aber ich glaube 7 habe ich in meinem Geist sehen. Oh, höre ich das nicht. Ich glaube es sind 6. Muss ich mir auch immer nachsagen lassen. Ich bin total verpeilt. Ne. Ist einfach nicht wichtig. Ich habe mir die Zahl einfach nicht gemerkt. Weil es einfach nicht wichtig ist. Weil ich bin schon 3 Stunden vor euch mit dem Kopf. Und deswegen, oder nicht vor euch, aber möglicherweise vor den Leuten, die sagen, ich bin immer verpeilt. Da bin ich schon, ich mache immer 5 Schritte vorher, bevor ich irgendeinen Schritt mache, den ich eigentlich machen will. Und ich mache 25 Schritte, bevor ich den Schritt eigentlich mache, den ich machen sollte. Ich kenne das. Ich verstehe das. Wir sind hier mitten im Flow, wollen irgendwas bauen und ich unterbreche das und mache irgendwas anderes. Und hinterher habe ich es vergessen. Und weiß nicht mehr, was ich eigentlich machen wollte. Das ist aber so. Genau. So rum kann man den auch hinbauen, aber so rum wollte ich ihn nicht hinbauen. Wir haben einen zu viel gebaut, aber es ist nicht schlimm. Haben wir hier noch ein Rohr irgendwo? Ja, wir haben ja auch noch ein Rohr. Guck mal. Können wir hier noch ein Rohr einbauen? Können wir da noch hin dran bauen? Ihr habt das nicht zu viel gebaut. Das war alles so geplant. So. Jetzt gucken wir mal hier im Wasserrohr, was hier passiert. Oh, jetzt geht die Temperatur schon schneller runter. Sehr schön. So soll das sein. So. Nun hier 500 Mol. Nein, haben wir natürlich nicht. Sehr klar. Haben wir denn hier, produzieren wir denn noch Wasser? Ja, wir produzieren noch Wasser. Also haben wir auch noch Gas. Wir müssen hier Gas haben. Das wird ja automatisch hellstellt hier. Ey, das ist meine Leiter hier. Komm. Hopp. Ey. Hopp. Hopp. So. Oh ja, er hat gerade, er hat gerade. Hat er alle gepflanzt? Ja. Muss er ja, weil die waren ja überall links drin. Ähm. Äh, Fertilizer. Drei Stacks haben wir schon. Drei Stacks, Fertilizer haben wir schon. Das sammeln wir. Weil irgendwann wird das wieder funktionieren. Und dann können wir Fertilizer auch dazu packen. Dann müssen wir aber den Code wahrscheinlich ändern. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich verstehe den Code nicht. Den, äh, CausaEvil da geschrieben hat. Ich verstehe ihn nicht. Ich verstehe diesen Code nicht. Muss mir den mal zu Genüge geben. Oder zu ihm mitgeführen. Muss mal überlegen, ob ich den, äh. Und dann mal analysiere für mich selbst, um rauszufinden, wie es geht. So, er hat wieder nicht ihr Dings. Hier ist nichts drin. Okay. Okay, er kann nicht planten, weil er hat nichts. Warum lässt er immer einen aus? Verstehe ich nicht. Hier liegt schon wieder innerrum. Weil irgendwie... Das haut noch nicht hin. So. 746. Was macht der hier? Der sagt Processing. Aber produziert er noch H2? Ja. Man sieht das richtig, dass der H2 produziert. So. Also. Das Problem ist tatsächlich hier irgendwie das mit dem Sortierer. Das ist eine blöde Idee. Das heißt, wir müssen eigentlich... Ich weiß nicht, ob eine Junction auch splittet. Also von sich aus. Weil dann könnten wir ja eventuell das nochmal aufteilen. Dass wir halt nicht 10 oder 9 sind es ja. Dass wir nicht 9 an einen Strang machen, sondern möglicherweise nur 3. Und dann kommt schon der... Dann kommt schon der Stacker, der Splitter. Also bei 3... 3 Eigen... Also 3 haben einen eigenen Splitter. Also brauchen wir 3 Splitter. Und die 3 gehen dann... Zusammen auf das Ding. Weil dann müssten die ja eigentlich genug Platz haben, um das auszuladen. Weil wie gesagt, die können nicht ausladen, weil es vor dem blöden Sortierer steht. Oder wir machen das anders. Wir machen die Sortiererleitung etwas länger. Wisst ihr, wie ich meine? Ich gehe mal raus. Ich zeige es euch. Das macht man ja in der Industrie auch an unseren Maschinen. Wenn man zum Beispiel so eine Werkzeugkette oder sowas hat. Die schlängelt sich dann so durch und guckt oben aus der Maschine raus. Und das macht man einfach, weil man den Platz halt braucht. Für die ganzen Werkzeuge. Das ist wie so eine Kette. Eine Werkzeugkette heißt ja auch der Name. Und da hängen halt die ganzen Bohrer und alles drauf, die die Maschine in die CNC-Fräse brauchen. Und wenn ich jetzt den hier ein bisschen länger nach oben, wieder runter und wieder runter, dann haben wir hier Raum. Das heißt, wenn die entladen, können die erstmal diesen Raum füllen. Und der hat Zeit zum Sortieren dann. Das machen wir. Wir bauen Schutz. Wir bauen Schutz. Ich hoffe nicht, dass er jetzt während ich Schutz baue, aberntet. Weil dann haben wir Spaß. Weil das ist nämlich der Grund, warum der Sortierer kommt nicht hinterher. Das heißt, der Sortierer braucht Raum. Zum Sortieren. So, tut's. Na, viel können wir nicht mehr bauen, aber das muss reichen. Hier haben wir noch welche. Sieben Stück. Nehmen wir, bauen wir nochmal ein paar mehr. Hier ist noch ein Liquid-Tank. Was ist da noch drin? Nix. Dann könnten wir den eigentlich auch wegbauen. Ah, schon geil. Drei Eisen, ja. Das ist schon geil. Das ist echt... Das kostet richtig Money, ey. Meine Eisen kann man schnell farmen. Das geht immer noch. Aber... Das ist schon teuer. So, was ich dann auf jeden Fall auch noch haben will, ist die Mining-Brille. Die finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Könnte man auf jeden Fall nochmal bauen. Und, ähm... Ja, dann muss ich gucken. So, jetzt machen wir ja zehn Stück. Also insgesamt 20. Ja, und ich würde sagen, in der nächsten Folge bauen wir das dann auf. Weil jetzt ist nämlich schon wieder Schicht. Bis denn. Ja, wir gehen. Untertitelung des ZDF, 2020